Heute kommen wir mit einem speziellen Anliegen auf dich zu, und zwar suchen wir dich. Wir suchen ab März Verstärkung für unser Team. Und zwar bist du entweder Spezialist und Spezialistin für Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit eidgenössischem Fachausweis, oder du bist Fachmann oder Fachfrau für Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit eidgenössischem Feigkeitszeugnis. Die Stelle ist offen ab März, und zwar für 80-100%. Wenn du Lust hast, ein völlig neues Trainingskonzept zu lernen zu kennen und eine komplett neue Unternehmungsphilosophie, dann bist du bei uns genau richtig. Melde dich mit Ihrer Bewerbung via E-Mail, und zwar ist die E-Mail-Adresse info-at-schneider-gesundheit.ch Wir freuen uns auf dich!